Wie schnell Politkarrieren da vorbei sein können, hat heute auch Markus Faber erlebt. Verteidigungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion mit 38 Jahren. Nachwuchshoffnung. Bis heute Morgen um kurz vor neun. Eklat im Verteidigungsausschuss des Bundestags. Markus Faber, Bundestagsabgeordneter der FDP und verteidigungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, verließ demonstrativ die Ausschusssitzung, wo auch Bundeskanzler Olaf Scholz anwesend war. Der Grund? Faber ist unzufrieden mit Scholz. Nach Fabers Meinung habe es Scholz versäumt, sich zur Ukraine-Politik zu äußern. Wenig später folgte die Rolle rückwärts. Faber entschuldigt sich für sein Verhalten, der Kritik an Bundeskanzler Scholz und tritt von seinem Sprecherposten zurück. Tja, Freitag, der 13. heute. Es hat Markus Faber offenbar kein Glück gemacht.